Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gern dein Like, deinen Kommentar und auch dein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam wachsen. Und genau deswegen lege ich auch direkt los. So, liebe Seele. Dann schauen wir mal, was der Tag für dich bereithält. Und es geht los mit dem High. Führe andere als mächtiger, friedvoller Krieger. Erzengel, Metatron und Jules. Ja, tatsächlich geht es hier um deine Stärke, die du als führerische Kraft natürlich auch leben kannst. Aber es geht auch so ein bisschen um den Zugewinn deines Selbstvertrauens. Dein Selbstvertrauen ist jetzt hier nicht dauerhaft auf der Strecke geblieben, aber es liegt schon so ein bisschen im Mangel. Du bist hier nicht in dem vollen Bewusstsein für dich selbst und daher solltest du heute die Stärke in dir doch wieder finden. Denn du wirst heute sehr viel Sicherheit für deine eigene Person wieder zurückgewinnen. Und diese Sicherheit, die wird für dich umgehend natürlich in ein Land der Fülle gehen, weil du jetzt merkst, wo du dich festigst. Ja, also Finanzen, Emotionen werden gefestigt. Auch deine Tatkraft wird gefestigt. Und selbst so das Abrunden wird gefestigt für dich. Es steht aber auch noch das eine oder andere Gespräch heute an, wo du dich für verabreden wirst, was dir wieder neue Klarheit gibt, wo du auch spürst, dass da der Mangel genommen wird, weil du Dinge nicht so recht gesehen hast, wie sie wirklich waren und du hast hier natürlich auch dann wieder das Gefühl von Vertrauen. Die Problematik dabei ist, du hast dich so ein bisschen blenden lassen. Dieses Blenden ist aber ganz normal und heute spürst du wieder, wie du auch dich selbst durchs Leben führen kannst, ohne jemanden zu benötigen. Denn deine Sicherheit kannst nur du dir geben, wenn du Unterstützer hast, natürlich. Aber niemand nimmt dir eine Entscheidung ab. Die Lebenslust kommt wieder dazu. Ich öffne mich echter Lebensfreude und genieße mein Leben. Ja, dein Leben zu genießen ist ja das Allerwichtigste und zeigt auch auf, dass du jetzt dann bereit bist, hier den emotionalen Mangel abzulegen, tatsächlich auch für dich richtig einzustehen und einen wichtigen Schritt in Richtung, ja, Positivität zu gehen. Dabei solltest du für dich erkennen, dass ein großer Grundstein für deine Lebenslust auch so die Vorfreude ist, ja. So, auf was freust du dich denn? Was liegt in der nahen bis leicht weiten Zukunft vor dir, wo du einfach sagst, boah, darauf freue ich mich schon? Irgendwas, was deine Emotionen erhält, denn das gibt dir auch wieder den Genuss zurück, ja. Dass du dich öffnest und sagst, ja, okay, ich habe in letzter Zeit sehr viel Mangel hinter mir, aber jetzt möchte ich meine Fülle wieder spüren. Ich freue mich sehr darauf, ja, die Welt zu erkunden, in meinem Urlaub zum Beispiel. Oder ich freue mich darauf, Freunde zu treffen, in der Arbeit jetzt richtig durchzustarten, ganz, ganz egal, was auch immer dein Thema ist. Du wirst dir hier eine sehr, sehr größere Ermächtigung deiner selbst geben und dadurch kann natürlich sehr viel Lebenslust entstehen. Und du wirst auch spüren, dass alles, wo du gedacht hast, du wirst manipuliert, gar nicht so wahr. Denn die Manipulation, die ging aus deinem Herzen heraus, weil der Mangel immer wieder Angst hatte. Man führt dich in Gefilde, die dir nicht passen, aber für dich wird es passend gemacht. Man sieht hier nämlich die Begrüßung des Glückes. Und die Begrüßung des Glücks ist natürlich etwas, wo du so für dich noch nie wirklich ausgesprochen hast. Hier auch ein Hoch deiner Emotionen, die das heute leben dürfen. Ja, die Kuh kommt dazu. Gib mit bedingungsloser Liebe und Anmut. Erzengel Maria und Raphael. Das Geben ist heute natürlich sehr, sehr gut vertreten, weil du eben in die Führungsposition gehst. Also du gibst heute, so gesagt, den Ton an. Und wer den Ton angibt, der sollte natürlich mit bedingungsloser Liebe geben. Wenn du jetzt jemanden anführst und auch in sein Glück bringst, dann erwarte bitte nicht. Und da haben wir hier einen ganz großen Faktor, der dein Leben immer wieder ein wenig beeinflusst. Erwarte nicht, dass dein Weg hier dann, wie soll ich das am besten sagen, gehuldigt wird. Dass du auf Händen getragen wirst. Erwarte am besten gar keine Reaktion und lass dein Gegenüber sich so zeigen, wie er es kann. Also die Dankbarkeit auch in der Art und Weise, wie er oder sie es dir wiedergibt. Lösen. Hier haben wir nämlich die Kommunikation, die im Sande verlaufen könnte, wenn du mit Erwartungen in ein Gespräch gehst. Brauchst du nicht tun. Es geht hier in die Positivität. Mensch, Fülle. Ich bin angebunden an den Überfluss des Universums. Und wenn du das verstehst, dann weißt du auch, warum du heute anführst. A, bist du in deiner Leichtigkeit angekommen, weil du dich ja in deinen Faktoren festigst. Aber wiederum ist es auch zeitgleich so, dass du die eigene Fülle durch deine Lebenslust auch wieder bekommst. Und somit den Mangel der letzten Monate wirklich mal sacken lassen kannst. Also die Last wirklich ablösen kannst oder besser gesagt noch ablassen von dir, damit du einfach auch dieses neue Energiefeld annehmen kannst. Die Fülle kommt natürlich auch, weil du sehr bedingungslos gibst, weil du heute andere Menschen auch gar nicht erst in diesem Prozess laufen lässt. Aber es ist jetzt auch ein Wink vom Schicksal, dass der Mangel heute im Emotionsbereich wirklich gelöst werden muss. Weil der Mangel, den du bei dir hältst im emotionalen Bereich, der ist auch der, der dir immer wieder die Sicherheit nimmt. Und wenn du ein sicheres Leben willst in der Fülle, dann hat der Mangel dort nichts zu suchen, sondern ein leichter Zweifel ist ganz gesund. Aber ein kompletter Mangel, der macht das Leben eben nicht rund. So ist es. Der Marienkäfer. Nimm das Glück an, Erzengel Präminilek. So, nimm das Glück an in Form von Finanzzufluss auf jeden Fall. In Form von Ratschlägen, die du bekommst. Aber auch in Form von Kritik und wichtigen Diskussionen. Dieses Glück, was du dadurch bekommst, ist natürlich ein Schritt weiter für deinen Bewusstseinsweg. Und dein Bewusstseinsweg, der ist noch lange nicht am Ende, kann aber natürlich auch noch jetzt Bände sprechen. Hier sehen wir nämlich, wenn der Mangel gelöst wird und die Fülle willkommen geheißen wird, hast du immer noch so ein bisschen, ja, der Cut, der dir fehlt. Also, dass du wirklich von jetzt auf nachher weitergehen kannst. Wichtig hier ist für dich, dass du nicht in den Stillstand gerätst, sondern weiterläufst. Also, dem Neuen wirklich nacheiferst. Auch dem Gefühl heute, Menschen führen zu können, nacheiferst. Weil darin liegt dein Glück und darin kannst du dann auch aufgehen und für dich neue Ziele erreichen. Und da steckst du dann in deiner Lebensaufgabe. Ich werde mir jetzt wieder bewusst, warum ich hier bin. Ja, dieses Bewusstwerden ist natürlich sehr, sehr gut, weil jetzt siehst du endlich wieder klar. Jetzt kannst du auch wieder klar verstehen, warum manche Dinge so gelaufen sind, wie sie eben gelaufen sind. Das andere Schöne dabei ist, dass du für dich einen großen Stellenwert legst, weshalb deine Lebensaufgabe sich bisher noch nicht gezeigt hat. Du hast nämlich nicht gewusst, dass du so starke Führungsqualitäten hast. Du hast aber auch nicht gewusst, dass es so einfach ist, ohne Erwartungen geben zu können. Alles war so ein bisschen festgefahren und deswegen heißt es heute nicht mehr festfahren, sondern wirklich den Flow des Lebens einsetzen lassen. Und dann kommt auch die Sicherheit für dich in deinem Leben zurück. Die Sicherheit, dass für dich gesorgt ist, die Sicherheit, dass du geliebt wirst, aber eben auch die Sicherheit, dass du gut genug bist. Gut genug für all das, wo du dich immer angezweifelt hast, dass du nicht gut bist. Und das dank deiner Bewusstwerdung. Sehr, sehr schön und dann wird sich deine Lebensaufgabe auch zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank.